Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Petra Guttenberger, ich bin die Vorsitzende des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration im Bayerischen Landtag und Mitglied des Bayerischen Integrationsrats. Corona bedroht unsere Freiheit und unsere Gesundheit. Deshalb meine Bitte, lassen Sie sich impfen, vereinbaren Sie einen Impftermin, denn Impfen, das schafft wieder Freiheit und Normalität im Leben. Ihre Petra Guttenberger